Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Die fünf Säulen des Friedens – Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Aus bitterster Erfahrung zog ich diese eine und höchste Lehre. Man muss den Zorn in sich aufstauen und so wie gestaute Wärme in Energie umgesetzt werden kann, so kann unser gestauter Zorn in eine Kraft umgesetzt werden, die die Welt zu bewegen vermag. Damals wusste ich auch noch nicht, was ich heute weiß. Stärke entspringt nicht physischer Kraft, sondern einem umbeugsamen Willen. Ich strebe nicht danach, an meinen bisherigen Erklärungen zu einer bestimmten Frage unbedingt festzuhalten, sondern ich will an der Wahrheit festhalten, wie sie sich mir in einem bestimmten Augenblick darstellt. Im wilden Tier liegt der Geist in tiefem Schlaf. Es kennt kein anderes Gesetz als das der rohen Kraft. Die Menschenwürde fordert Gehorsam gegenüber einem höheren Gesetz, dem der Geisteskraft. Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Religionen sind verschiedene Wege, die im gleichen Punkt münden. Was macht es, dass wir verschiedene Wege gehen, wenn wir nur das gleiche Ziel erreichen? Zahlenmäßige Stärke ist der höchste Trumpf der Ängstlichen. Die Tapferen im Geiste rühmen sich, allein zu kämpfen. Meine Ehrfurcht vor der Wahrheit hat mich in die Politik geführt. Und ich kann ohne Zögern und doch in aller Demut sagen, dass ein Mensch, der behauptet, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion bedeutet. Ich glaube, dass Gewaltlosigkeit der Gewalt himmelhoch überlegen ist, dass Vergebung männlicher ist als vergelten. Wer vergisst, wie man die Erde beackert und das Feld bestellt, vergisst sich selbst. Ich will nicht nur an euren Verstand appellieren, ich will eure Herzen gewinnen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass aus Unwahrheit und Gewalt auf Dauer niemals Gutes entstehen kann. Das Leben ist größer als alle Kunst. Ich möchte noch weitergehen und behaupten, der ist der größte Künstler, der das vollkommenste Leben führt. Es ist entwürdigend, wenn der Mensch seine Individualität verliert und zu einem bloßen Rädchen im Getriebe wird. Hass kann nur durch Liebe überwunden werden. Wenn ich das Wunder eines Sonnenuntergangs oder die Schönheit des Mondes bewundere, so weitet sich meine Seele in Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Gott ist die Summe alles Lebenden. Wenn wir auch nicht Gott sind, so sind wir doch Teil Gottes, so wie selbst der kleinste Wassertropfen Teil des Ozeans ist. Gott beantwortet das Gebet auf seine Weise, nicht auf die unsrige. Was ist der Glaube wert, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird? Der Glaube kommt aus dem Herzen. Die Vernunft muss ihn festigen. Glaube und Vernunft sind nicht Gegenkräfte, wie manche Leute meinen. Je tiefer der Glaube ist, umso mehr schärft er die Vernunft. Wenn der Glaube blind wirkt, stirbt er. Eine Art von sechstem Sinn, der wirksam wird, wenn die Vernunft versagt. Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise innere Stimme. Der Mensch kann nicht in einem einzelnen Lebensbereich recht tun, während er in irgendeinem anderen Unrecht tut. Das Leben ist ein unteilbares Ganzes. Kümmern wir uns um das Heute, Gott wird sich um das Morgen kümmern. Das Gebet ist der Schlüssel des Morgens und der Riegel zur Nacht. Beten ist nicht bitten, es ist ein Sehnen der Seele. Jeder muss seinen Frieden in sich selber finden. Und soll der Friede echt sein, darf er nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden. Freiheit war niemals gleichbedeutend mit einem Freibrief für Willkür. Wo man nur die Wahl hat zwischen Feigheit und Gewalt, würde ich zur Gewalt raten. Essen, um zu leben, nicht leben, um zu essen. Gelehrsamkeit hilft uns durch viele Lebensstadien. Doch in Stunden der Gefahr und der Versuchung lässt sie uns im Stich. Das Ziel weicht ständig vor uns zurück. Genugtuung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen. Ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg. Zur Duldsamkeit gehört nicht, dass ich auch billige, was ich dulde. Alle unsere Streitigkeiten sind aber daraus entstanden, dass einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will. Unter Demokratie verstehe ich, dass sie dem Schwächsten die gleichen Chancen einräumt wie dem Stärksten. Bildung muss eines der vielen Mittel zur geistigen Entwicklung sein. Aber wir hatten in der Vergangenheit wahre Geistesriesen, die keinerlei Bildung besaßen. Man soll weder annehmen noch besitzen, was man nicht wirklich zum Leben braucht. Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Lasst euch nicht blenden vom Glanz, der aus dem Westen kommt. Lasst euch nicht beirren von diesem flüchtigen Schauspiel. Sobald der Geist der Ausbeutung besiegt ist, wird man Aufrüstung als eine ganz unerträgliche Last empfinden. Zu wirklicher Abrüstung kann es erst kommen, wenn die Völker der Welt aufhören, sich gegenseitig auszubeuten. Die Völker der Welt Die Völker der Welt